Keine Rolle, war es in dieser Partie? Nein. Ah, aber bezüglich dieser Partie wahrscheinlich. Weil in der anderen Partie spielte das keine Rolle. Und in der Nidic-Partie? Auch nicht. Ja, dann sieht man noch aus für ein Buch. Ah, die D-Richtung D4, ne? Ja, inzwischen mache ich drei natürlich nicht mehr. Ja. Noch eine Frage. Ist ein Roses Mood, äh, Losing Tempo, B6, A5, Tom C8? Ähm, ähm, verliert es nicht alles einfach Zeit. Ähm, ähm. Ja. Ja.